Für unser nächstes Projekt brauchen wir Lagerlisten. Hier erfahren wir, wie man entsprechende Nachbestellungen mit einer Formel einrichten kann und wie die erste Zeile immer sichtbar ist, wenn man sich durch diese Liste scrollt. Wir haben jetzt hier eine lange Artikelliste und was hier auffällt ist, wenn man hier so durchscrollt, die erste Zeile verschwindet natürlich und es wäre gut, wenn die mal sichtbar bliebe. Das kann man fest einstellen. Man markiert hier praktisch die erste Zeile. Dann geht man hier auf Ansicht und dann bei Fenster einfrieren kann man sagen, oberste Zeile einfrieren. Und jetzt passiert folgendes. Ich kann hier scrollen und die erste Zeile, die bleibt weiter sichtbar. Okay, schauen wir uns die Tabelle mal an. Wir haben jetzt hier also Handtuchfarben, Artikelnummern, der Einkaufspreis, Verkaufspreis und ein Sollbestand und ein Istbestand. Die Vorgabe soll sein, dass wenn der Istbestand um die Hälfte reduziert ist, dass hier entsprechend nachbestellt werden soll. Also, wenn jetzt 18 Stück noch da sind von diesen 30, soll nichts nachbestellt werden. Dann ab 15 Stück soll dann entsprechend die Menge nachbestellt werden, damit wieder der Sollbestand erreicht ist. Hier behelfen wir uns mit einer Wenn-Formel. Also, Ist-Gleich-Wenn, Klammer auf, jetzt kommt die Prüfung. Die Prüfung muss sein, wenn diese Zelle, wenn die kleiner oder gleich diese Zelle ist, geteilt durch 2. Die Vorgabe ist, wenn die Hälfte überschritten ist, dann soll erst eine Nachbestellung erfolgen. So, was wird denn dann nachbestellt? Strichpunkt vom Sollbestand wird der Istbestand abgezogen und dann hat man die genaue Nachbestellmenge. Wenn diese Prüfung aussagt, hier ist alles in Ordnung, also F2 ist nicht kleiner oder gleich E2, dann soll nichts geschehen. Und die Funktion wird mit einer Zugklammer abgeschlossen. Und dann sieht man hier, hier haben wir 0 drin. Ich beschreibe nochmal die Wenn-Formel, also wenn F2 kleiner oder gleich 30 ist, dann zieht er von den 30 die 18 ab und hat hier die Bestellmenge, ansonsten macht er nichts. So, und diese Formel kann ich jetzt entsprechend runterkopieren. Ich kann jetzt also hier hergehen, das ganz nach unten ziehen. So, und dann probieren wir es mal aus. Also der Istbestand ist 18. 16 passiert auch noch nichts, aber ab 15 wird entsprechend nachbestellt. Und zwar 15 fehlen uns, damit wir wieder 30 Stück haben. Hier unten probieren wir es mal aus. Wenn hier der Istbestand 10 ist, dann müssen 20 nachbestellt werden, damit wir wieder auf 30 kommen.